Ein Auftrag der Regierung, einen neuen oder einen eigenen Tanz zu entwickeln. Und das war der Lipsi-Tanz? Hast du schon mal was vom Lipsi gehört? Und wo kam der her, der Lipsi? Aus Leipzig! Richtig, weswegen heißt der Lipsi. Trass es doch mal vor, wie soll der denn gehen? Der ist gar nicht so schwer. Warte mal, ganz kurz, einmal ein Ausschnitt, wie man wollte, dass man den Tanz hat. Genau, da gab es ja richtige leeren Filme, die musste man sich angucken. Und ganz verrückt! Oh, na, das wär doch auch ein Kleid. Herrlich, oder? So, passt mal auf, Freunde, das ist ja ganz schön. Jürgen hat total recht. Hast du den drauf, den Tanz? Ja, was heißt, hast du den drauf? Ich hab mir den Schritt extra drauf gedrückt, weil ich die Nummer so toll finde, den Song, den hab ich auf meinem neuen Album drauf. Und da kann man natürlich schön tanzen. Und zwar, der war... Warte mal, mit Groove vielleicht. Heiko am Schlagzeug. Eins, zwei, links, links... Oh ja, Jürgen, komm mal her. Komm, nimm mal Tanzunterricht. Ist gut. Jürgen, das war schon. Jetzt mach mal ne richtige Tanzmucke. Die Fischer-Friends vielleicht nicht ganz... Eins, zwei, eins und zwei. Eins, zwei, eins und zwei. Schnell hoch wieder, also hoch nicht. Wie! Heute tanzen alle jungen Leute den Lipsy-Schritt, nur noch den Lipsy-Schritt. Ja, allen hat der Tanz so gut gefallen. Sie tanzen mit im Lipsy-Schritt. Wir gehen heute Abend ins Tanzlokal. Da war es jedes Mal so schön, da war es jedes Mal so schön. Mit dem Lipsy-Schritts, die tanzen mit im Lipsy-Schritt. Heute tanzen alle jungen Leute den Lipsy-Schritt. Nur noch den Lipsy-Schritt. Allen hat der Tanz so gut gefallen. Sie tanzen mit im Lipsy-Schritt. Sie tanzen mit im Lipsy-Schritt. Sie tanzen mit im Lipsy-Schritt. Hey! Woo!